Hey, ich bin Kelly. Ich bin fast 16. Aber ich konnte nur, bis ich zwei Jahre alt war, in Frieden leben. Denn dann wurde mein kleiner Bruder Ethan geboren und ruinierte alles. Ich hatte immer gehofft, dass diese kleine Göre nie geboren worden wäre. Und wenn du das ältere Geschwisterkind bist wie ich, dann stehen die Chancen gut, dass es dir genauso geht wie mir. Seine Geburt bedeutete, dass meine Eltern mich kaum noch wahrnahmen. Ja, ich weiß, ich war damals zwei, also erinnere ich mich eigentlich nicht daran. Aber während der nächsten Jahre sah ich, dass es die Wahrheit war. Ich bekam für die dümmsten Dinge Ärger, nur weil ich älter war, während Ethan mit allem davon kam. Weil er zu jung war, um es zu verstehen. Oh, ich hasse meinen Bruder wirklich. Und ich kann euch einen Haufen Gründe dafür nennen. Wir stritten uns immer um das letzte Stück Pizza. Wenn er es bekam, ass er es mit offenem Mund vor meinen Augen. Und Mama lächelte und sagte, oh mein heranwachsender Junge. Aber wenn ich es bekam, runzelte Mama nur die Stirn und sagte, Kelly, sei nicht so gierig. Oh. Einmal schlich er sich in mein Zimmer und nahm das Plüschhäschen, das mir meine beste Freundin geschenkt hatte. Und klebte seine Ohren mit Sekundenkleber zusammen. Also nahm ich seine Switch und versteckte sie im Keller. Er brauchte eine ganze Woche, um sie wiederzufinden. Ha. Aus Rache schmierte er mir Schokolade auf den Hosenboden. Ich merkte erst, was los war, als die anderen Kinder anfingen zu lachen und auf mich zu zeigen. Ich musste für den Rest des Tages meinen Pullover um die Taille gebunden tragen, obwohl es eiskalt war. Also rächte ich mich, indem ich sein Kopfkissen mit Brennnesseln einrieb. Am nächsten Morgen war sein Gesicht knallrot und er konnte nicht aufhören, sich zu kratzen. Es war so lustig. An dem Tag hatten wir auch ein Fotoshooting. Also verbrachte der Make-up-Artist viel Zeit damit, ihn zu schminken, um die Rötung zu überdecken. Er sah so lächerlich aus. Also wir haben manchmal Fotoshootings, in denen wir wie eine liebevolle, harmonische Familie aussehen müssen. Puh, als ob. Ich konnte zwar für die Kameras so tun, als ob, aber in Wahrheit wollte ich meinem Bruder nur in den Hintern treten. Wir kamen einfach überhaupt nicht miteinander aus. Er ist so ein Balk. Also war es wohl unsere Bewältigungsstrategie, uns gegenseitig Streiche zu spielen. Ich meine, hey, es ist nicht so einfach, mit jemandem zusammenzuleben, den man hasst. Wir spielten uns so oft Streiche, dass unsere Eltern uns einfach damit weitermachen ließen. Es gibt jedoch eine Sache, vor der sich Ethan fürchtet. Alles begann, als er acht Jahre alt war und Papa The Walking Dead schaute. Ich und Ethan kamen gerade ins Zimmer, als es eine Szene gab, in der ein Zombie einen Fressrausch hatte. Als tapferes Mädchen fand ich das interessant und hab mich hingesetzt und es mir mit Dad angeschaut. Aber mein Bruder, das Weichei, schrie, rannte aus dem Zimmer, versteckte sich unter dem Bett unserer Eltern, brach in Tränen aus und weigerte sich zwei Stunden lang, sich zu bewegen. Weil er davon überzeugt war, dass er, als er den Zombie gesehen hatte, auserwählt sein musste und die Zombies ihn holen würden. Das war also seine Achillesferse. Kurz darauf ließ er meine brandneuen Kopfhörer in die Toilette fallen, sodass ich meine Hand hineinstecken musste, um sie herauszuholen. Also beschloss ich mich an ihm zu rächen und zu meinem Glück stand Halloween vor der Tür. Perfekt! Ich schaute mir auf YouTube Make-Up-Tutorials an und übte an meinen Freunden. Dann, an Halloween, verwandelte ich mich in einen echt gruseligen Zombie. Versteckte die Videokamera in seinem Zimmer, stellte mich in seinen Kleiderschrank und machte grummelnde und störende Geräusche. Als er die Schranktür öffnete, sprang ich auf ihn zu und warf ihn auf den Boden. Oh mein Gott, er hat so laut geschrien und sich tatsächlich in die Hose gepinkelt. Und jetzt, all diese Jahre später, habe ich es immer noch auf Video, um ihn damit zu quälen. Aber lasst euch nicht täuschen, denn mein Bruder war kein gewöhnliches Kind. Es ist noch gar nicht so lange her, dass er mir einen Streich gespielt hat, der mich wütender gemacht hat als Misty von Pokémon. Also ich war in diesen Jungen aus der Schule verknallt. Er war einfach so süß und traumhaft und durch die süßen Blicke, die er mir immer wieder zuwarf, war ich mir zu 100% sicher, dass er mich auch mochte. Der Valentinstag schien der perfekte Tag zu sein, um ihm meine Gefühle zu gestehen. Also blieb ich in der Nacht davor bis Mitternacht auf und machte Pralinen für ihn. Ich ließ meine liebevoll verpackten Pralinen und die Schachtel auf der Seite in der Küche stehen und ging ins Bett. Am nächsten Tag schnappte ich mir die Schachtel und überreichte sie in der Mittagspause meinem Schwarm. Zu meinem großen Entsetzen sah ich, als er sie öffnete, dass anstatt der schönen herzförmigen Pralinen, die ich stundenlang gemacht hatte, peinliche Kindheitsfoto von mir drin waren. Darunter ein Foto aus der Zeit, als ich zwölf war, mit einem Haufen hässlicher Pickel im Gesicht. Und eines von mir als Kleinkind, das mit offenem Mund und Sabber am Kinn schläft. Und eines von mir als Baby mit einer Schüssel voller Brei auf dem Kopf. Dann hob mein Schwarm einen Zettel hoch auf dem Stand. Tolle Pralinen, Schwesterherz. Diese hinterhältige Göre. Obwohl mein Schwarm immer wieder sagte, dass ich auf diesen Fotos wirklich süß aussah und er sie sogar noch mehr mochte als die Pralinen, wollte ich diesem Balk immer noch einen harten Schlag direkt in sein nerviges Gesicht verpassen. Oh Gott, ich flehe dich an. Bitte nimm ihn von mir weg. Ich werde brav sein. Ich werde meine Hausaufgaben pünktlich machen. Und ich werde aufhören, Mamas teures Parfüm zu borgen. Okay, das war zwar mein Wunsch gewesen, aber ich hätte nie erwartet, dass er in Erfüllung geht. Es war ein ganz normaler Abend und wir saßen am Esstisch. Ethan klebte an seinem Handy und Mama wurde richtig sauer und ließ ihn den Tisch abräumen. Während er das tat, sah ich, wie auf seinem Telefon eine Nachricht von jemandem namens Sophie aufpoppte. In der stand, Okay, wir sehen uns dann um 20 Uhr vor dem Kino. Ich freue mich schon drauf. Was? Ethan hat ein Date? Oh, mein süßer kleiner Bruder. Es war an der Zeit, sich dafür zu revanchieren, dass er die Pralinen meines Schwarms ruiniert hatte. Also folgte ich Ethan heimlich zum Kino. Da das Kino ziemlich nah an unserem Zuhause lag, gingen wir beide zu Fuß. Er lieb durch den Park. Oh Gott, das war echt gruselig um diese Zeit. Ich schwöre, die Bäume sahen aus wie ein Monster. Jedenfalls sah ich etwas neben meinen Füßen aufleuchten. Ich hob es auf. Es war Ethan's Handy. Was für ein Idiot. Ich würde ihn hart arbeiten lassen, um es zurückzubekommen. Als ich aus dem Park ging, sah ich einen schwarzen Van, der in der Nähe geparkt war. Plötzlich hörte ich einen Schrei und sah zwei riesige Männer, die versuchten, Ethan in den hinteren Teil des Vans zu zerren. Ethan weinte und wehrte sich heftig, aber mein schwacher, dürrer 14-jähriger Bruder hatte keine Chance gegen diese zwei Männer. Was? Wie konnten sie es wagen, meinen Bruder zu entführen? Er war vielleicht der nervigste Mensch auf diesem Planeten, aber er war mein nerviger kleiner Bruder. Auf keinen Fall würde ich das zulassen. Ich stürzte nach vorne und rief, Ethan Zombie-Modus. Meine Anwesenheit erschreckte die beiden Entführer und das machte sie noch entschlossener, ihn in Richtung Van zu zerren. Als Ethan plötzlich fest in die Hand des Mannes bis, der ihm den Mund zuhielt, so wie es Zombies immer tun. Gut gemacht, Bruder. Der Mann schrie auf und schüttelte seine Hand. Der andere Mann zerrte an Ethans Arm, aber er schaffte es, auf die Füße zu kommen. Als der Mann versuchte, ihn in den Van zu schieben, nutzte Ethan seine Chance und trat ihm direkt zwischen die Beine. Autsch! Während dies geschah, rief ich die Polizei und sagte ihm, sie sollten sich beeilen. Dann sah ich den Idioten, dem Ethan in die Hand gebissen hatte, dass er ihn wieder packen wollte. Also schrie ich laut. Ethan! Lauf! Er sprintete los in den Park und der Gebissene folgte ihm. Es war genau wie eine Zombie-Verfolgungsjagd im echten Leben. Aha! Plötzlich spürte ich, wie mich Arme um die Taille packten. Oh nein, es war der andere Typ. Ich schätze, dann kommst du auch mit. Bevor er mich hochschob und mich zur Rückseite des Vans trug. Ich schrie und versuchte, um mich zu schlagen und zu treten, aber er war viel zu stark. Er warf mich hinten in den Van, aber bevor er einsteigen konnte, schlug ich die Tür des Vans zu und verriegelte sie schnell von innen, um ihn auszusperren. Zu meinem Glück war nicht er, sondern der Typ, der Ethan verfolgte derjenige, der den Schlüssel hatte. Es war so beängstigend, als der Entführer mich draußen immer wieder anschrie. Aber ich hatte noch mehr Angst bei dem Gedanken, dass Ethan irgendwo da draußen verletzt werden könnte. Dann hörte ich plötzlich seine Stimme. Hey, stopp! Hat er sich erwischen lassen? Ich schaute hinaus, um das Gegenteil zu sehen. Er rannte auf mich zu hinter zwei Polizeibeamten her. Sie hielten ihre Waffen in der Hand, um den Mann zu stellen, der neben dem Van stand. Ethan war in Sicherheit und kam zu mir zurück. Ich öffnete die Tür und sprang ihm in die Arme. Oh, lasst mich diesen Teil überspringen. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mich an diese emotionale Situation erinnere. Ich und Ethan folgten den Polizisten und sahen, wie der andere Entführer mit Handschellen an einem Baum gefesselt war und mit seinem anderen freien Arm in der Dunkelheit mit Moskitos kämpfte. Die Polizisten erzählten mir, dass Ethan sich auf dem Weg zum Van immer wieder darüber beschwerte, wie langsam und unprofessionell sie seien, dass sie stattdessen zuerst kommen sollten, um mich zu retten. Mein Bruder sagte immer noch stur, ich hätte mich selbst retten können, aber dieses Weichei nicht. Dieser Idiot hatte echt keine Ahnung, dass er eine Wonder Woman als große Schwester hatte. Unsere Eltern kamen so schnell wie möglich zum Polizeirevier, um uns abzuholen. Und ja, das war wieder emotional. Es stellte sich heraus, dass der Rivale meines Vaters den Kerl angeheuert hatte, um Ethan zu entführen, damit sie ihn benutzen konnten, um meinen Vater zu erpressen. Ich verstand die ganze Situation nicht ganz, vielleicht schaue ich mir danach mehr politische Filme an. Aber jetzt, Gott sei Dank, waren wir ja in Sicherheit. Ich hatte mir vielleicht gewünscht, dass mein Bruder verschwindet, aber als ich ihn tatsächlich beinahe für immer hätte verlieren können, nun, da muss ich zugeben, dass mich das wirklich erschreckt hat. Und es stellte sich heraus, dass er auch so über mich dachte. Verrückt, hm? Natürlich spielen wir uns immer noch gegenseitig Streichel. Wir wären nicht wir, wenn wir das nicht täten. Aber mir ist etwas klar geworden. Er ist vielleicht die nervigste Göre überhaupt, aber er gehört immer noch zu meiner Familie und ich liebe meine Familie sehr. Wie auch immer, ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer noch Zeiten geben wird, in denen ich meinen nervigen kleinen Bruder hasse. Wie jetzt gerade. Denn während ich in meinem Zimmer sitze und euch meine Geschichte erzähle, bin ich mir sicher, dass ich ihn vor meiner Tür kichern höre. Ich wette, dass, wenn ich sie öffne, ich mit einem Eimer kalten Wasser auf meinem Kopf ende oder so. Und das vermutlich nur, weil ich Mama erzählt habe, dass er eine Freundin hat. Pech gehabt, kleiner Bruder. Du hast keine Chance, die Königin der Streiche zu besiegen. Du hast keine Chance, die Königin der Streiche zu besiegen. Du hast keine Chance, die Königin der Streiche zu besiegen. Vielen Dank.